Einfache Strecken können täuschen. Diese Fahrbahn sieht nicht besonders anspruchsvoll aus, aber sie bietet auch dem erfahrensten Allwetterfahrer eine echte Herausforderung. Die westliche Route bietet Bedingungen und Kurben, die kontinuierliche Höchstgeschwindigkeiten zulassen. Etwas schwierig zwar, aber durchaus zu schaffen. Auf den Abhängen der nördlichen Route geht es extrem schnell bergab. Finden Sie Ihre Ideallinie und treten Sie das Gaspedal durch, um Zeit aufzuholen. Schwindelerregend mit enormen Höhenunterschieden auf einer engen Strecke und Hochgeschwindigkeitskurven gleich dieser Abschnitt einer wahren Achterbahnfahrt. Auf diesen Berg- und Talfahrten kann Ihnen nur Erfahrung weiterhelfen. Bremsen und beschleunigen Sie mit Feingefühl und fahren Sie saubere Kurven.